But somehow would be... ... acceptable. Irgendjemand brauchst schon wieder Hilfe, ey. Wer hätt's gar nicht. I'll feel better once these plague hearts are gone. Ah, und Infektionsherde auch noch. Na dann. Ähm... So. Oh, Angriff in den Fertigstatt. Ah! Was? Angriff in den Fertigstatt. Das ist ne Horde. Einfach. Ja, von der Horde. Ja, von der Horde. I need a breather. Wollen wir's jetzt? Fangen wir's. Ich glaub, dass es einfach nur ne Horde war, weil bei mir hat der überhaupt nix angezeigt. Das kann sein. Aber das... Die Biele wird da ultrakompakt. Das ist die Pistolenversion. Mhm. Was sind denn... Hä? Hier. Also. Geben wir das hier. Und geben wir das hier. Das habe ich schon zum Explodieren. Hey, we need a hand over here. Strength and numbers, right? Hello. Hm. Das sollte eigentlich reichen. Ich bleib jetzt mal nur bei der Armenbrust. Als normale Waffe. Damn. Too loud. Man müsste sein Auto eigentlich auch irgendwie sauber machen können. Im Waschen. Ja. Ich sollte vielleicht mal... Benzin... Na, Entschuldigung. Ja, setz dich rein. Ich drück auf Auftrag und die setz dich rein. Das ist nicht in Ordnung mit deinem. Zweite Weltkriegsreval waren mit. Oh. Das war knapp. Oh, verdammt. So. Oh. Hups. Also, ich habe fünf Molotovs und eine Rohrgranate. Rohrbombe. Da ist ein Blech drin. Nein, nicht angreifen. Ist das dämlich? Also, geh lieber in Deckung. Oh. Haben Schaden. und nun. Und... Das kann doch nicht sein. Ich habe schon mal wieder diese... Fake... Fake A 47. Witzig. Das ist nicht die AK. Scheiß 22er, Mann. Ich gehe mir nicht umsackt damit. Oh, Modell. Was ist so los? Hey. Hast du weggestoßen einfach. Ja, was schmeiß ich weg dafür? Okay. Das Ding hier. Was? Achso. Wo genau ist jetzt das letzte Ding? Wahrscheinlich wieder draußen. Draußen. Andere draußen. Ja. Ich weiß nie, was ich da lassen soll. Energy Drink? Machen wir nicht. Ja doch. Das kann so lange rennen. Wenn du für irgendwas wegkommst. Da hast du so viel Energy Drink, wie ich habe. Ja, das ist das letzte, was ich mitnehme. Ich brauche... Ich nehme lieber die Schrauben mit. Was ist hier los? Nice. Das hat keiner gehört. Oh nein. Oh nein. Hast du AIDS? Hä? Da unten. Ich glaube, das ist ja auch los. Was ist das auch los. Ich bin jetzt mal kr nok.. ... ... ... ... ... ... ... Eine Glocke, leider kann ich die schon mal... Also die solchen Herzen haben wir mal mehr gegeben. Vielleicht sollten wir echt mal in ein anderes Gebiet gehen und vielleicht eine neue Basis in Anspruch nehmen. Weil bei der ja noch nicht mal lange sind, irgendwie. Was sind die Überreste? Sollen wir so in ein anderes Gebiet gehen, da irgendwie einen Außenposten machen? Weiß nicht, ob das geht, ich war noch nicht mal lange gebührt. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, solchen Proben mit. Wir können den einen Kolossik machen, wenn du Zeug dabei hast dafür. Nee, nicht wirklich. Hast du keine Waffe dabei? Doch, aber kein Revolver. Ja, weiß ich doch. Hallo? Ja... Ja... Okay... Ja... Ja... Irgendwann hätte ich dann auch zumindest mal die 10 Kolosse voll. Wenn wir erst den Kolosse wegmachen, dann ein paar Infektionsherde. Da drüben sind einige. Oder wir gucken mal, was die Braumeister wollen. Das könnten wir auch machen. Die wollen immer irgendwas von mir. Da steht auch übrigens noch ein Auto. Also da in der Nähe. Hier unten war ich ehrlich gesagt noch nie. Da könnten wir auch mal hinfahren. Da habe ich noch nie nachgeguckt, was da gibt überhaupt. Warum sind die jetzt eigentlich wieder nur stabil? Ja, Infektionsherde gesüchtet. Was soll ich machen? Das ist doch hier, oder? Da? Forget die olden. Du bist mit? An Apple won't do shit. Du brauchst eine Doktor. Und du hast eine gute, gute Infektion. Mach das Priorität 1. Oder du wirst. Lass. was wollt ihr nicht nur einer sowieso so was wollt ihr ich bin bei dir wenn sie damit davon kommen wird es hier nicht aufhören irgendjemanden sollen wir wieder auslöschen ich habe eine armbrust Whitney Field wo ist es denn hallo nein ich will vorne sitzen da unten geht doch nach vorne einfach hä wo bist du denn nach hinten die will nicht ansteigen ja ich weiß deswegen kann ich auch nicht nach vorne die hat auch einen Schlag gerade jetzt steckt es ein ich will nicht so verstehen also wir müssen nach da unten über die brücke dann können wir ganz nach unten da war ich in dem teil der stadt in dem teil von dem county hier versorgt du dich auch wenigstens mit Alk schön oder du kannst Alk bei dir kaufen was geschieht hier manchmal muss ich mich ja echt freuen da wird zu fast gefälsert nein ich will nicht mit dir sprechen verpiss dich Alter hey das game manchmal hat so seine Momente oh mein gott wie vielleicht sollte ich nur noch zu 3 kmh schnell fahren das ist doch nichts hier ah ne hier habe ich markiert ich bin doof äh da aber hier ist ein Ausguck ich kann auch den Topgeld vermittler gehen ja aber wir haben doch eh schon volle Kopfgelder ja ich kann dabei wieder ein neues annehmen ab und sollte abgeben musst du das alte bei dem abgeben oder muss abgeben ja bei dem oder ja bei dem es gibt ja sonst glaube ich keine andere ne pisst dich die alte macht nix das ist ja die ist total nutzlos wo ist der denn überhaupt in der Brücke in der Brücke da hey 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 shall we do some business ha 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 ich bin so weit und das ist ja das hier ähh find plan of action perfekt ja was hast du denn genommen Ich überlege dir, das eine Kopfgeld mit der Verstohlenheit rauszumachen Warum? Weil da gibt es so ein 5,56er Gewehr für Ich weiß nicht K ist jetzt auch nicht extrem krass, aber das ist halt ein AK, ne? Eine Polizeikeule Ich hab mal die Axt angenommen, so eine Axt Eine Feuerwehr-Axt ist das Da muss ich 250 Zombies mit Klingenwaffen töten, das ist kein Problem Ja, das passiert ja sowieso nicht ständig Ist er drin? Ich seh's nicht, ja Dem Teil hier unten war ich noch nie Können wir da, wenn wir das gemacht haben, gucken, ob wir irgendwie Einen Aussichtspunkt finden Wahrscheinlich müssen wir Leute auslöschen Ja, das dachte ich mir Die Totenschädelrunde Die Totenschädelrunde Die Totenschädelrunde Sie ist jetzt schon tired Und Kaffee dabei oder so? Kaffee Nee Hat die Kaffee dabei? Die haben Alkohol Das ist ein Alkoholiker Das ist ein Alkoholiker Kann ich nicht sauchen Was sind die denn? Ich seh da nur zwei Zombies, ganz ehrlich Da oben am Wachthorn Ah, ah Eine Schon direkt ausschalten Oben am Wachthorn ist eine Echt jetzt? Geil an der offenen Hitbox Ja, natürlich Hast du die wohl um Hilfe bitten? Ah, der andere ist da hinten Der soll ruhig gefressen werden High five everyone We kick those fuckers to the curb Ich glaube der ist tot, oder? Ja klar, hat geregelt Das ist ne Horde Ja, guck Komm da nicht ab Keiner ist hell Hallo Ehh Ich hab jetzt meine Waffe kaputt Ich mein ich hab nen Karabetsaus nicht Hallo? Was haben die denn so? Ehhhhh Ppk 22 Nee Nee Will ich nicht Der andere lag hier oben irgendwo Die eine hatte sich ergeben, aber Das hat sich schon erledigt Hehehe Ergeben Ja, das hat man gesehen an dem Symbolium Aber Hier ergibt sich niemand Da hab ich mal ganz einfach keine Gnade gezeigt Was wollen die denn? Denken die wir jetzt Wir würden die verschonen oder so? Wie kommen die da? Ach das denn? Ah, guck mal hier Boah, die ist ganz schön verkrüppelt hier oben Könnte es ja Das ist sogar ne Basis hier Ja Drei große Felder Da brauch ich acht Leute für Überdachte Betten Kommentatorenbox Tribüne Betten Betten Und ne Nochmal ne Tribüne Ja, wo sind die Dinger? Achso, ich soll mit der Achso Wo ist die denn? Oh, die schreiten wieder Jaja Ja, Kaffee Gib mir Kaffee, du Alte Neue Gegenstände im Angebot Deine Gemeinschaft aufnehmen Äh, wird die Braumeister auflösen Dann Nicht so viel Und jetzt? Die stellen nicht länger Alkohollieferungen Bereit Wow Kein Mensch, ey Ha Richtig gut Jetzt muss ich die aber zurückbringen, oder? Die läuft Ne, die läuft von alleine Sicher? Ja Guck doch, was sie vorhat, siehste Wenn du die Wenn du die rettest, musst du sie zurückbringen Aber wenn du sie abwirbst, dann laufen die ganz gechillt Das ist Für deiner Basis Wir können mal da diesen Funk-Dingsbums Ach Funk Dieses Aussichtsplattform Da, ne? Zum Entdecken Ich verarschen Was? Oh nein Nein, oh nein Was? Oh Alter, wir haben Glück gemacht Ist da kein? Oder sollen wir den töten? Probier's Ohhhh Zombieangriff Ich dachte, wir müssen zurück zur Basis Müssen wir ab? Ja Hä? Mann, wir haben das Ding erst repariert Gucken wir mal, wie das wieder aussieht, ey Fehlt ne Tür an der Seite Ja Deswegen so ein Upgrade-Kit wär halt nicht verkehrt Aber wenn die den Preis nicht einfach um das Doppelte erhöht hätte Ja Schweine sind das Alles Schweine Die kommen wahrscheinlich so vier Zombies wieder, weißt du Die machen hier so einen Druck dafür, dass nichts passiert Oh, dann würden wir den mitnehmen Ja Mh Ich muss den abschärben, irgendwie Wenn ich abgeschoben bin Hehe, jetzt Ich hoffe, wir müssen der Straße einmal Die nächste links Und hier los Straßensperre Und dann Irgendwann die nächste rechte und dann wieder nächste links Sollt schon an einem Koloss an Sollt schon an einem Koloss an Hier? Dann ne Okay Okay Achso, ich dachte so ein Zaun Das hört sich nicht so gut an, mein Auto Oh, ich glaube Hier ja, woher Und dann geht's Und dann geht's Pass auf, jetzt dauert es gleich nur noch 15 Sekunden. Ne, 30. Oh. Auch so viele. Keine Hölle mehr. Okay, ich bin jetzt abgeschmiert. Was? Ich bin jetzt abgeschmiert. Ey, funktioniert doch voll gut. Oh. Unreal Engine. Hier. Oh, da ist ein aufgeblähter, das ist natürlich nicht gut. Wir können auch mal das Heartland ausprobieren, das ist ja kostenlos. Wer ist der denn? Heartland. Jetzt hast du das Spiel verlassen bei mir. Okay. Hast du mal gesehen, was Heartland ist? Ja, das ist so eine spezielle Sache, die kannst du einen Charakter aus deiner Siedlung mitnehmen. Und er kann das machen. Das ist so, wie so ein Szenario quasi. So, wir müssen es mal ausprobieren. Oh no, no way am I catching this blood plague bullshit. Ist schon vorbei, oder was, der Kampf? Ja. Okay. Ja, das ist die, weißt du, die normalen Horden, die vorbeikommen, random, die sind viel aggressiver, als die drei, vier Viecher. So, netz. So. Wir können es mal austesten. Ja, klar, Janus.